Der Leopard 2A7 Plus ist ein Spitzenprodukt aus dem Hause Krauss-Maffei Wegmann, erzeugt für den Einsatz unserer Partner im Nahen und Mittleren Osten. Er bietet Sicherheit und Schutz für Ihre Regierung in absoluter Perfektion. Unser neues Modulkonzept erlaubt Einsatzvariationen, von denen frühere Machthaber nur träumen konnten. Ein verkürztes Kanonenrohr und ein kleinerer Wendekreis ermöglicht Ihnen nun auch eine beruhigende Einwirkung im urbanen Einsatz. Mit dem Riot Control Räumschild sowie der automatisch vollstabilisierten L55 Glattrohrkanone stellt der Leopard 2A7 Plus schon durch seine schiere Präsenz ein geeignetes Instrument dar, um unangenehmen Häuserkämpfen eine stabilere Ordnung zu verleihen. Mit der praktischen Schnittstelle für serienmäßig gelieferte Anbaugeräte können Sie von nun an hartnäckige Demonstrationen oder gar revolutionäre Bewegungen einfach und bequem managen. Bewegen Sie mit uns gemeinsam den arabischen Frühling in seinen wohlverdienten Herbst. Dank des Vertrages mit der Bundesregierung werden Ihnen unsere Produkte von Saudi-Arabien aus bequem über den indirekten Vertriebsweg zur Verfügung stehen. In Verbindung mit unserer einzigartigen Unternehmenskultur bietet Ihnen der Zugriff auf unser Portfolio das unersetzliche Gefühl von Stille, Distanz und Loyalität. Kraus-Maffei Wegmann, Ihr verlässlicher Partner in stürmischen Zeiten.